Wie geht es mit dem Druck um, Jessica? Vor dem dritten Sprung habe ich mir ganz schön viel Druck auferlegt. Aber ich habe es zuletzt gerade noch hinbekommen. Vielleicht können Sie dann auch bei den Olympischen Spielen den Druck so handeln. Gute Gelegenheit, das hier jetzt zu testen. Es gibt viele verschiedene Wettkämpfe, die auch verschieden ablaufen. Geht sich diesmal der britische Rekord aus? Da will ich jetzt noch nicht dran denken. Wäre schön, aber jetzt muss ich mal den Speerwurf bewältigen. Ist das möglich? Ich hoffe!